Das ist der erste autonome LKW mit Straßenzulassung in den USA, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Denn obwohl dieses Nummernschild ein autonomes Fahrzeug kennzeichnet, muss dennoch immer ein Fahrer hinter dem Steuer sitzen, der im Notfall eingreifen kann. Der Freightliner Inspiration Truck, genannte LKW von Daimler, darf im US-Bundesstaat Nevada im öffentlichen Straßenverkehr getestet werden und kann automatisch die aktuell zulässige Geschwindigkeit halten, in der passenden Fahrspur bleiben, den richtigen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen einhalten und je nach Verkehr und Straßenbedingungen bremsen oder anhalten. Mit Hilfe von stereoskopischen Kameras sowie Kurz- und Langstreckenradar scannt der LKW die Straße und erkennt Objekte und Markierungen in bis zu 250 Metern Entfernung. Für einige Manöver wird aber immer noch ein Fahrer gebraucht. So kann der LKW langsamere Fahrzeuge nicht autonom überholen und auch beim Auffahren und Verlassen von Autobahnen muss der Fahrer manuell steuern. Außerdem ist autonomes Fahren nicht möglich, wenn die Straßen schneebedeckt bzw. die Fahrbahnmarkierungen nicht zu erkennen sind. Stellt der LKW fest, dass autonomes Fahren nicht möglich ist, fordert er den Fahrer auf, das Lenkrad zu übernehmen. Sollte der Fahrer darauf nicht reagieren, bremst der LKW automatisch ab und hält an. Der Freightliner Inspiration Truck ist zwar bislang nur ein Testfahrzeug, trotzdem ist die Hoffnung groß, Autofahren in Zukunft durch autonome Fahrzeuge sicherer zu machen. Neben Daimler arbeitet eine ganze Reihe von Firmen an selbstfahrenden Autos, darunter Google, Nissan und Audi.